Jetzt den Dr. Banks Minecraft Schülerkalender bestellen für den guten Zweck. Auf Amazon oder ab 31.05. in jeder Buchhandlung. Hey meine Rabe Walken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Ebro. Hallo. Nachdem wir zuerst den Klassenausflug überlebt haben und dann die Schule auch überlebt haben, machen wir heute unser drittes Abenteuer. Ich hoffe, dass hier jetzt nicht was Schlimmes passiert. Ich weiß es aber nicht. Wir gehen direkt in den Schulbus rein. Es geht heute in ein Museum. Ich bin gespannt. Wir gehen in die goldene Mitte, würde ich sagen, oder? Let's go. Zack, einsteigen in den schönen Bus. Ist voll. Oh, ich bin drin. Hä, du warst vor mir. Ja, guck mal. Ja, moin. Ich habe jetzt mal einen Platz weggesetzt, weil du stinkst. Lasst ein Like da, wenn ihr glaubt, dass wir heute überleben. Das hoffe ich doch. Das wäre nicht schlecht. Abonniert direkt auf den Kanal kostenlos. Und es geht los, die Reise. Oh, da ist direkt ein Killer. Killer Jeff, siehst du den? Wir haben den Killer. Wir haben es herausgefunden. Der hat einen Schlangenrettungsring. Der sieht irgendwie komisch aus. Okay, let's go. Abzeichne. Dankeschön. Okay, das Game geht los. Wir sind willkommen im Roblox-Museum. Kann man hier schon rein? Nee. Ach, der ist Einführung. Ach, der erzählt das, der Typ. Habt Spaß. Jo, dann gut. Hoffentlich haben wir wieder so krasse Profis hier drin, die genau checken, wie das hier abgeht. Ah, da ist das erste Haustier, was es je gab. Sieht ziemlich nicht so geil aus. Das ist eine Katze. Da hinten ist ein Eisbär oder so. Und was ist das? Nun, Teddy. Okay. Okay, das sieht cool aus. Was steht hier? Bing Bong. Das ist Bing Bong. Das da hinten sieht mega komisch aus. Jo, komm mal hier hinten, Evo. Ah, guck mal, der ist gerade noch hier vorne bei den Früchten eigentlich. Der erklärt uns gerade, was für die Früchte. Wir rennen schon voraus. Kein Bock, was der erzählt. Was ist das hier? Das sieht heftig aus. Jo, hä? Was ist das? Das ist irgendwas übelst mystisches. Hier scheint es doch weiter zu gehen, weil alle sind hier hingesprintet. Das sieht aus wie so eine Schokoladentafel, aber heftig. Oh. Eine magische Kreatur. Die Musik wird lauter. Das ist kein gutes Zeichen. Oh, oh. Was ist das für Nebel? Ja, das frage ich mich auch, weil ich sehe keinen Nebel. Ich auch nicht. Ich höre auch keine Musik auf. Oh nein, da ist ein Mörder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe gar nichts mehr. Lauf, lauf. Die bleibt einfach stehen, Dominika. Checkst du es nicht? Wohin? Wohin? Alter, das sieht übel heftig aus. Ich kann euch einfach gerade aus. Oh, Dominika hat es erwischt, Leute. Ich habe es gerade noch erzählt. Alter. Nee, wobei dich lieber. Du bist ja so hinter mir. Ja, ich renne. Ich renne nicht hinter mir. Alter, das ist heftig. Ich weiß nicht. Ich laufe hier nach links. Oh, ich auch. Ich glaube, raus können wir nicht raus. Das ist gesperrt. Das ist zu. Nee, nee, nee. Die kommen noch nicht weiter. Aber der ist ja auch gefährlich. Der ist hier im Vampir, steht vor uns. Ah, hier geht es weiter, glaube ich. Ist er schlauter reinzugehen? Nö, keine Ahnung. Ich höre Geräusche. Geht es hier weiter? Ist hier ein versteckter Hebel? Nee. Wo sind denn die beiden Museumstypen? Leben die noch? Hallo? Ich weiß es nicht. Vielleicht jetzt in diesen anderen Gang. In diesen anderen. Alle Räume sind offen. In irgendeinem Raum müssen wir jetzt bestimmt. Oh. Was war das? Ja, du, das frage ich mich auch. Was passiert jetzt schon wieder? Auch nicht schon wieder wegrennen. Ägyptischer Todes. Weiß ich auch nicht. Gott oder so. Ist hier was drin? Oh, hier kann man rein. Okay, okay, okay. Der ruft uns zurück. Oh, wir müssen uns wieder versammeln. Aber wo? Mensch, sagt er, wo? Teleportiert er uns? Wo sind wir jetzt hier? Oh, Betten. Erstmal pennen, Leute. Zack. Oh, ich will in. Team Rot. Wo ist Team Rot? Gibt kein Rot? Doch, hier. Der Strom ist ausgefallen. Oh, oh. Woher kommt das Licht? Ja, wir müssen, wir müssen. Hä? Ist doch gar kein Licht, oder? Das ist der Mondschein. Das ist der Mondschein. Ach so. Wo keine Fenster sind. Ja, doch. Hier sind wohl Fenster. Wir müssen das Licht wieder anmachen. Aber das Monster rennt hier noch rum. Also einer. Oh, ich hab Angst. Ich will nicht. Hier ist es übel dunkel. Alter Schwede. Okay, wir müssen. Die wissen, glaube ich, wo es lang geht, Evo. Wir laufen dem mal hinterher. Oh, Gott. Oh, hier in dem Abstellraum. Safe. Ja, die haben es direkt gecheckt, Alter. Die Lichter sind wieder an. Es ist übel, kamen wir immer solche Profis hier drin, Alter. Überleg mal, wie lange wir suchen müssten, wenn wir das nicht wissen. Ja. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall ein Desaster. Da hast du wohl recht. Wir sollten den Platz verlassen. Let's go. Ab zum Ausgang. Zurück zum Bus. Oh, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Nicht du die. Oh, da ist der erste Roblox-Charakter. Guck mal, den können wir doch kurz angucken. Okay, reicht. Aber keine Zeit. Bevor der Typ kommt. Ich will nicht ganz vorne gehen. Ja, stimmt. Das Leben macht nicht mehr so viele. Die kommen nicht raus. Ich weiß nicht. Killer Jeff, Alter, mit Uniform. Hm. Oh, hier, die quatschen irgendwas. Die kommen jetzt hier, die beiden Angestellten. Jetzt können wir raus. Ich hab Angst. Das wird doch... Oh, nein. Das Nebel... Oh, mein Gott. Alter, der hat mich fast überrollt, der Bus. Oh, mein Gott. Das ist heftig, Mann. Boah. Was haben die mit dem Bus gemacht? Ja, okay. Das war es dann auch an dieser Stelle mit unserer Heimfahrt. Komm, wir kommen trotzdem einsteigen. Wir klettern hier kurz hoch. Ja, ich fahr den. Ich hab einen Führerschein. Ich hab einen Flugschein. Oh, oh. Der eine... Der eine sieht voll lustig aus. Guck mal. Der heißt Ken Cartona. Oh, ist das? Co-Cartonator. Das ist einfach eine laufende Uno-Karte. Okay, der Bus ist kaputt. Schade. Ja. Wir sollten vielleicht uns einen anderen Weg suchen. Ja. Die Frage ist, wie? Rennen wir jetzt eine Hose? Einer ist vermisst. T-9-0-7. Unser Mitstreiter. Wir müssen ihn schnell finden, sonst war es das. Wo rennt die Masse hin? Die kennt sich aus. Die Uno-Karte. Die Uno-Karte weiß beschadet. Ich laufe hinterher. Okay, okay. Ich auch. Aber nein, es hat sich aufgeteilt. Aber die Uno-Karte rennt da ganz gezielt hin. Die weiß das, glaube ich. Ist hier der... Ich hab seinen Namen schon vergessen. T-8 oder so. T-8? Bist du hier? Nee, ich... Kein T-8, die Uno-Karte hat. Keine Ahnung. T-9. T-8 stimmt. T-8 ist doch das Wirtabuch am Handy, oder? Wir haben ihn gefunden. Jawohl, jemand hat ihn. Sehr schön, sehr schön. Oh, gut. Haben ihn gerettet, Alter. Sehr nice. Ja, letztes Mal haben wir ihn ja nicht gefunden. Stimmt, ey. Letztes Mal haben wir ihn ja nicht gefunden. Aber dieses Mal hat es geschafft. Okay. Ja, der soll uns mal jetzt... Oh mein Gott. Hast du das da auch? Ja, Hilfe. Ich hab grad vor Angst gekauft. Okay, rot. Rot, rot. Okay, etwas kommt aus dem ägyptischen Abteil da. Warte. Sieht man da was? Nee. Doch, da hinten ist einer. Oder ist das ein Spieler? Ich glaub, das ist ein Spieler. Wollen wir da hin? Ja, lass mal hin. Aber was kommt jetzt da raus? Hm. Sicher, das ist... Hm. Ach, er meint vielleicht Geräusche oder so. Nicht jetzt Monster. Ja, ich hab Angst. Hier kommen Geräusche her. Hier ist bestimmt ein Hebel versteckt. Ich will hier eigentlich nicht drin stehen. Oh, hier ist es so dunkel. Ebro, Mama Heidens Sieg. Findest du mich? Haha. Das ist übelst krass. Okay. Von dieser Schokoladentafel hier, oder wie? Hm. Also, das ist natürlich keine Schokoladentafel. Ich sag das nur so. Oh, lecker. Oh, hier, der sagt irgendwas. Achso, das ist diese Ausstämmeister. Hä, waren das nicht mal zwei? Wo sind die andere hin? Ich hab's auch ein bisschen. Oh mein Gott. Geräusche. Das ist irgendein Pharao, Alter. Ist der böse? Ist der gut? Was sagt er? Nein, Menschen stören meinen Frieden. Der ist auf keinen Fall gut. Der wird uns gleich... Oh, das Tier 9. Guck mal, die haben ihn gerettet. Er gibt uns aber... Oh, warte, warte. Er gibt uns eine Chance. Okay, wir gucken mal. Was sagt er? Komm mal schnell, ihr Pharao. Ja, genau. Wir müssen sein Artefakt zurück nach Ägypten bringen. Unser Bus ist kaputt. Wie sollen wir nach Ä... Ja, okay. Da wären wir wohl... Ich glaub, wir bringen es zurück. Naja, da wären wir wohl jetzt einen weiten Marsch haben nach Ägypten, Alter. Was wird es sein? Ja. Oh, ich hab Angst. Wir können das nicht zurückbringen. Wie stellst du dir das jetzt vor? Ja, ja, wir bringen es zurück. Ja, der Typ sagt einfach, ja, wir bringen es zurück nach Ägypten. Ja, schön angelogen, ey. Als ob der Pharao das nicht direkt checkt, dass du ihn anlügst. Ah, okay, jetzt fragt er. Wir können aber nicht, weil unser Bus zerstört wurde. Ja, Pharao, gib uns mal einen fliegenden Teppich oder so. Oder weiß ich auch nicht. Gib uns mal hier eine Boeing, ein Flugzeug. Oh, was macht der jetzt? Hallo? Ist es jetzt gut oder schlecht? Oh Gott, wir wurden irgendwo teleportiert. Ja, aber... Hat er uns teleportiert dahin? Ich seh nix. Ich hab... Oh, wir kommen in Ägypten! Habe ich einen Erfolg bekommen? Alter! Der hat uns teleportiert. Oh mein Gott. Okay, müssen wir das Artefakt zurückbringen. Das ist... Einmal, wie groß die Pyramide ist. Das ist mega geil aus. Ja. Jo, das ist übel cool. Okay, let's go. Ich hoffe, wir sind... Aber Pyramiden sind ja dafür bekannt, dass ein Haufen Fallen sind. Ja. Also ist das natürlich jetzt... Ne? Schwierig. Okay. Wir müssen links oder rechts. Die UNO-Karte ist rechts, aber die sind links. Ebro, ich weiß nicht, wo lang. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht. Ja, das ist links, die stehen alle links. Oh! Nein! Ja gut, vielleicht ist dann doch die rechte Seite... Man hätte aber drüber jumpen können mit dem richtigen Timing. Ja? Ja, ich glaub schon, ja. Okay, Leute. Ah, was war das? Run. Zack. 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 Okay, hier lang. Die rechte Seite ist es, Ebro. Ja. Alter, wir sind nur noch zu viert. Alle anderen hat's erwischt. Oh, oh. Aber die haben auf uns gewartet. Die sind korrekt. Warte, die fährt auch auf dich. Okay. Ja, easy. Rechts, genau. Oh, ich hab hier Angst. Bam, bam. Jawohl. Schafft. Gigi. Weiter geht's. Oh, die haben echt gewartet. Oh, das ist echt lieb. Oh. Oh, ich hab Angst. Ich weiß nicht, wo lange, Alter. Das ist ein Labyrinth. Ich will nicht rein. Den Namen hinterher, würde ich sagen. Hallo? Äh. Äh. Hallo? Oh, ich hab echt... Oh, die rente alle mir hinterher. Ich hab da keinen Plan, was ich mache, ey. Ich renne hier einfach random. Ah, hier. Das sieht gut aus. Oh, die hat eine Fackel sogar. Oh, das ist cool. Oh, hier geht's immer weiter. Ich glaub, wir sind richtig. Nee, doch nicht. Oh, da. Oh. Das ist so dunkel, ey. Lauf du mal mit der Fackel vor, oder? Ich glaub, wir sind richtig. Hier geht's übel weit. Ja. Oder das wäre eine... Oder die... Das wäre eine krasse Falle. Kann auch sein. Nee, das ist safe richtig. Guck mal, wie weit das ist. Ja, muss. Oh, ich hab so Angst, dass jetzt gleich der Gang aufhört. Ja. Oh, nein. Aber hier oben ist ein... Oh, nein. Wir sind echt falsch gelaufen. Die, bitte. Ey. Oh. Was? Jawohl. Das haben wir aber gesucht, Alter. Oh, Mann. Boah, das haben wir echt. Oh, Gott. Da ist doch irgendwas. Ja, ihr könnt mal das Artefakt da hinbringen, bitte. Hat hier auch direkt einen Rückzieher gemacht. Sollen wir rüber? Ja, ja, komm. Let's go. Oh, da ist er, da ist er. Bitte schön. Jetzt kann ich endlich in Frieden ruhen. Ja, kein Problem, Alter. Teleportierst du uns jetzt bitte zurück? Bitte schön. Ah. Okay. Oh, oh. Wenn wir ihn nochmal aufwecken, dann würde er uns alle fertig machen, mit seinen unendlichen Kraft. Na gut. Ja, ja. Bla, 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 bla. Ich will jetzt bitte wieder nach Hause. Das war jetzt genug Abenteuer hier für einen Ausflug. Wir wollten doch nur ins Museum. Ja, aber echt. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm. Was passiert, wenn wir wieder nach Hause teleportieren? Na, ich hoffe doch. Oh, hoffe ich auch. Ich habe ein Abzeichen bekommen wieder. Ja. Ja, wir haben überlebt. Alter, es haben nur vier überlebt. So wenig haben noch nie überlebt, ne? Ja, wir waren so kass. Das war das Schwierigste, Alter. Okay. Okay, lasst unbedingt ein Like da, wenn ihr das Abenteuer auch krass fandet mit dem Pharao. Abonniert direkt auch meinen Kanal kostenlos, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Würde ich mich auch sehr, 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 sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Tschö. 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 Tschö.